Ja, wir haben ein Rezept von Jamie Oliver nachgekocht. Eigentlich kocht man dieses Rezept mit Trutharmfleisch. Ich habe mich aber für Hähnchenfleisch entschieden. Es ist also ein ganz normaler Brutenbrustsalat, Hähnchenbrustsalat, Entschuldigung, mit Hähnchengeschnetzeten. Und genau, warum haben wir uns dafür entschieden? Weil ich persönlich mag sehr arg Salat, ist auch sehr mager, weil wir natürlich beide Sportler sind, machen beide Krafttraining. Das ist sehr wichtig, dass wir Fleisch mit dabei haben. Das gehört für uns in jedes Gericht. Und zwar einfach wegen den Eiweißen. Das ist gut für die Muggis. Und genau den Salat, weil es einfach dann auch schön mager ist, wenig Fett und gut schmeckt. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020